Hallo und herzlich willkommen zurück zu Der Hobbit. In der letzten Folge sind wir schon einige Schritte durchs Dorf gelaufen und sind immer noch auf dem Weg, um uns den Hammer von diesem Hobbit da zu holen. Das wollen wir direkt auch mal machen. Springen wir hier mal überall rum. Ich frage mich, ob es da auf dem Stein was gibt, aber wahrscheinlich nicht, deswegen springe ich direkt mal hier rüber. Können wir von hier aus gucken. Nee, natürlich nicht. Pilze. Ich glaube, der hat gerade mein Leben aufgefüllt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Na gut, das ist doch mal nichts Schlechtes. Also, Pilze sind gut für den Hobbit. Können wir uns merken. Und da haben wir auch schon den Karl. Hast du den Hammer deines Vaters? Er braucht ihn, um damit die Brücke zu reparieren. Hier habt ihr ihn, Herr Beutlin. Dann muss ich mir wohl was anderes zum Spielen suchen. Das ist aber eine tiefe Stimme für so einen kleinen Hobbit. Heiltrank halt. Ah, schön. Ich glaube, den brauche ich schon bald. Moment, kann ich... Das will ich glaube, probieren. Kann ich von hier aus darüber? Irgendwie muss ich doch... Wie komme ich denn da ran? Das war irgendwie gerade ziemlich weit weg. Komme ich von hier aus? Nee, das ist viel zu hoch. So wird das nichts. Gut, machen wir es so. Probieren wir es gleich nochmal. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine Möglichkeit, weiter zu springen. Oder kann ich hier irgendwie auf den Baum rauf? Nee, ne? Oder ich kann meinen Stock als Sprunghilfe benutzen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Und wenn ja, wie das überhaupt geht. Ja, das ist doch ganz knapp. Ich probiere es noch einmal und ansonsten versuche ich mich daran zu erinnern, dass hier noch was war. Vielleicht lernen wir irgendwie noch eine Sprungtechnik. Ansonsten könnt ihr mich gerne auch daran erinnern, wenn ich das vergessen sollte. Okay, also einmal probiere ich es definitiv noch. Am ganz äußersten Rand. Das müsste schon hier sein. Probier es mal. Mit Anlauf. So. Und jetzt ganz von der Kante. Hm. 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 Wie geht das? Ich will es noch einmal probieren, aber das jetzt wirklich das letzte Mal. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich perfekt getroffen habe, aber ich glaube wirklich, dann fehlt uns noch irgendwie eine Sprungtechnik. Oder irgendwas. Das werden wir dann erfahren. Hoffentlich. Dann müssen wir halt hier nochmal zurückkehren, aber... Ich meine, was liegt denn da? Hier. Ein riesiger lila, ein klassischer Kristall. Das lohnt sich schon. Also, nochmal. Das ist hier. Ja, okay. So. Das war jetzt Versagen. Na gut, wir haben unseren Hammer. Leider nicht diese Punkte. Laufen wir mal zurück. Ja, schade. Ha. Da bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwas lernen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir den... Den Stock... Zum Springen benutzen. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ja auch da noch was... Von diesem LP im Hinterkopf, was ich geguckt habe. Ob das da wirklich war. Ich weiß es nicht mehr. Sprecher gerade mal. Und dann kriegt der Gute ja hier seinen Hammer zurück. Guter Junge. Sollte nicht lange dauern. So gut wie neu. Ja, sehr gut. Und eine Questaktualisierung mit den Zwergentreffen. So war das gemacht. Aber wir müssen immer noch Gammas Nähnadel suchen. Na, wo wir die finden. Ist doch schon ein Zwerg. Hallo, Bilbo. Wir brauchen immer noch Vorräte für unsere Reise. Falls ihr ein paar Lebensmittel findet, bringt sie mir. Aha. Natürlich. Aber wir haben doch schon was bekommen von Hannah. Vorräte vor Bombur beschaffen. Wir brauchen noch ein paar Lebensmittel, bevor wir gehen können. Wir brauchen... Ja, okay. Ein bisschen was habe ich schon abgegeben. Ein paar Münzen hier. Welchen haben wir denn hier? Guten Tag, Herr Beutlin. Hallo, Höhlenmann. Der Höhlenmann? Okay. Der in sein Haus kann ich leider nicht. Hier sind noch einige Gesellen. Ihr wirkt etwas mager, Bilbo. Ihr habt doch wohl keine Schwindsucht, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, mir geht es ganz gut. Okay. Noch ein... ein bisschen Spaß hier haben. Ein bisschen austoben. Kann man sich hier... Oh, da, da. Habe ich doch was gesehen. Da habe ich doch was gesehen. Dachtest wohl, du könntest dich hier vor mir verstecken. Was? Na, komm schon. Ihr seid zu gut bei diesem Spiel. Na, ja. Habt ihr die Bärenstreuseltörtchen meiner Mutter probiert? Das sind die Besten im Auenland. Ich glaube, ich habe welche bekommen. Ja. Die habe ich dem Zwerg geschenkt. Vielleicht verputzen die auch schon gleich alles beim ersten Tag. Wer weiß. Wie es sich haben sie ja... Bilbos gesamte Vorräte aufgegessen. Bleibt den knarrenden Dielen fern. Einige Oberflächen machen Geräusche, selbst wenn Bilbo schleicht. Aha. Sind das Eier? Machen wir die Eier für irgendwas? Schaue ich doch erst mal, ob ich die Quest dazu annehmen kann. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist die Narbe. Ah, sehr gut. Die müssen wir wahrscheinlich aber auch noch vorbeibringen, oder? Ja, natürlich. Hier, der will doch bestimmt die Eier von den Hüren. Diese Vogelscheuchen taugen nichts. Seht euch diese Krähen an. Sitzen da und machen sich über mich lustig. Tut mir leid, das zu hören. Ich gebe euch einen Sack Weizen, wenn ihr mir diese Krähen vom Leib schafft. Ah, na gut. Ein Sack Weizen? Wozu brauchen wir denn einen Sack Weizen? Na gut. Oh, ich gucke. Diese Kinder rennen immer rum und spielen verstecken. Haben fast in dieser alten Mühle, Bell drüben auf dem Markt. Diese Kinder sollten aufpassen. Sie sorgen bei jeder Gelegenheit für Krawall. Als ich ein Junge war, haben wir... Was war das denn jetzt? Hä? Ich glaube, ich darf mich von dem nicht in dem Ehrgarten erwischen lassen. Guter Junge. Sollte nicht lange dauern. Was zur Hölle war das dann gerade? Ich war ein bisschen perplex, weil ich die Krähen anwesigen konnte. Wahrscheinlich konnte ich hier einfach wegschlagen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Krähen lange wegbleiben. Auch wenn wir sie da wegschlagen. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß es. Ich weiß es. Gehe gerade mal zu der Dame hier am Marktstand. Vielleicht will die ja eher für ihren Marktstand hier. Obwohl, scheint nur... Guten Morgen, Lorella. Guten Morgen, Bilbo. Der Zwergbombur wollte Zucker und Gewürze kaufen. Aber ich konnte die Schlüssel zu meinen Gewürzkisten nicht finden. Eure Mutter hatte ein Talent dafür, Schlösser ohne Schlüssel zu öffnen. Habt ihr dieses Talent auch? Öffnet die Schlösser dieser Kisten, dann dürft ihr alle Gewürze nehmen, die ihr braucht. Ah, das ist doch ein Angebot. Da nehme ich doch dankend an. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ah, ich verstehe sowas. Aber... Ähm, was? Was? Ich glaube, wenn es grün ist, muss ich drücken. Verstehe. Okay. Und rot gibt es auch noch? Aha. Gewürze halten, Gewürze halten. Okay. Ich verstehe. Ja, das ist doch ein nettes System. Wir brauchen noch ein paar Lebensmittel. Wir brauchen... Ja, ist gut. Aber ich habe dir schon mal ein bisschen was gegeben. So. Gehen wir nochmal mit dem Müllenmann. Einfach, damit wir mit ihm geredet haben. Schnappen uns wieder die Münzen. Sagen wir erstmal hier Hallo. Nehmen wir hier die Quest an und dann speichere ich dann gleich nochmal. Erstmal... Ja, das war klar. Das war klar. So können wir die nicht vertreiben. Na gut. Dann speichere ich hier gerade mal. Nehmen wir einfach den Spielstand. Sammelt Bären in Hobarts Garten drückt, während des Gens ist der Gehlingsung zu schleichen, falls Hobart euch sieht. Vielleicht... Ne, ich möchte... Ich möchte die Kamera... Eigentlich möchte ich nur gerne die Kamera nach oben bewegen. Genau. So. Das kann ich ja nur mit diesem Anvisieren. Von daher... Herr Beutling, schön euch zu sehen. Die Kinder heutzutage haben einfach nicht mehr den Respekt vor Älteren wie früher. Als ich noch ein junger Hobbit war, kannten die Kinder im Auenland ihre... Ach ja. Ja, ja. Schon in Ordnung. Oh, da läuft er rum. Ich glaube, ich muss kurz mal die Steuerung umlegen. Ich glaube, da lässt sich nichts machen. Kamera... Aufwärts, Nummer 8. Okay. Hauptsache, ich weiß mal, was das ist. Schwupp. Wer schleicht da um die Bärensträucher herum? Niemand. Niemand. Sehe ich auch nicht viel mehr. Muss ich sagen. Naja. Oh, da ist er. Schnappen wir uns hier die Bäre. So. Ich glaube, der müsste da weiter hinten sein. Ich gehe gerade mal hier lang. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh. Okay. So vielleicht. Ja. Oh, da ist er. Da schleicht er rum. Kommt er gleich hier rüber? Wahrscheinlich. Okay, ich drehe rum. Und. Da kommt er. Dann nochmal einmal drumherum. Ich habe da, glaube ich, noch ein paar... ...ein paar Kristalle übersehen hier. Oder hier den Bären. Ja, tatsächlich. So, jetzt habe ich aber alle Bären und, glaube ich, auch alle Kristalle. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns nochmal rausschleichen. Da läuft er. Ich hoffe, ich habe gerade mal... ...rumherum. Scheint ein bisschen kurzsichtig zu sein. Kurzsichtig zu sein. Ich glaube, der hat kurz zurückgeschaut, aber... ...das hat funktioniert. So. Dann wissen wir jetzt auch... ...wie wir diesen Hühnern da begegnen müssen. Jetzt wissen wir, wie wir schleichen. Von daher... ...dürfte das gut funktionieren, wenn wir auf die... ...die... ...die... ...arren... Ach... ...arren. Oh Gott. Achten. Äh. Ich dachte hier, die Dielen wären die, die hell sind. Aber irgendwie habe ich doch zwei erwischt. So, Eier. Aber wozu? Ja, wobei... ...wir haben ja hier schon mitbekommen. Weizensack. Ein paar Eier. Beeren. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich selber die Zutaten für... ...einen Kuchen sammeln. Klub. Geschafft. So, dann nochmal hier die ganzen Sachen abholen. Lalalala. Und das Kind natürlich. So. Ihr seid... Ja. Das bin ich. Oh. Schau an. Noch ein bisschen Geld. Komme ich denn da hin? Möchte ich da die ganze Zeit am Rand laufen? Hm. Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Ich gehe hier gerade nochmal speichern. Wir haben ja schon wieder ein paar Quests erledigt. Und daher geht es dann nächste Folge weiter. Und ich würde sagen, wir sind es beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Wie bähää. qué sicht. Wir Universitura. Wir haben Frage. Wir sehr. In dem Aladdin. Ich wünsche euch vor. Chloé. Wir haben dich.